Agusta ist die Kurzbezeichnung für die 1907 als Societa Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta im italienischen Kessner Costa vom Flugzeugpionier. Giovanni Agusta gegründete Unternehmen. Es ist die älteste italienische Flugzeugfabrik. Geschichte Ab 1908 baute Agusta Flugzeuge, neben militärischem Fluggerät auch Sport- und Reiseflugzeuge. Giovanni Söhne, Domenico, Vincenzo, Mario und Corrado bauten das Unternehmen aus und begannen mit der Fertigung von Motorrädern. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Kontrolle der Alliierten war zunächst nur der Bau von Straßenfahrzeugen gestattet. Ein Sohn des Firmengründers Domenico Agusta gründete 1945 den Motorradhersteller MV Agusta. Seit 1952 fertigte Agusta in Lizenz des US-amerikanischen Unternehmens Bell Helicopter. In der Folge arbeitet Agusta eng mit der Hubschrauber-Sparte von Boeing sowie Sikorsky zusammen. Zwei Jahre später entwickelte Agusta den ersten italienischen Hubschrauber. 1983 übernahm Agusta den italienischen Flugzeugkonkurrenten S.I.I. Machetti. 1994 wurde die Firma aus dem Besitz der staatseigenen Holding EFIM von Feinmechanica übernommen. Die Flugzeugaktivitäten wurden in andere Tochterfirmen des Feinmechanica-Konzerns verschoben und Agusta wurde reiner Hubschrauber-Hersteller. Agusta Westland Im Juli 2000 fusionierte Agusta mit der britischen Westland-Helikopters zu Agusta Westland. Am 26. Mai 2004 übernahm Feinmechanica schließlich das vormalige Joint Venture zu 100%. Agusta Westland ist zur Zeit nach Airbus Helikopters der weltweit zweitgrößte Hersteller von zivilen Hubschraubern. Die Firma erzielte 2005 einen Erfolg, als sie den Auftrag für den Agusta Westland TH101 als neuen Diensthubschrauber Marine One des Präsidenten der Vereinigten Staaten erhielt. Der allerdings nicht gebaut wurde, Modelle A101, A102, A103, A104, A105, A106, AB206A1, AB206B, AB47, A109, A119 Koala, A129 Mangusta, AW139, AB205, AB212. AB212, AB412, ASSH3D, AS61A4, HH3F, CH47C, NH90, AW101.